Wir machen Ohrringe aus denen jetzt. Los geht's! Also eigentlich ist das irgendwie so ein komisches Spiel, aber ich fand die Figuren cute und wir machen aus denen jetzt geile Ohrringe, okay? Wie geil. Okay, wir versuchen einfach auf gut Glück das von diesem Podest hier runter zu machen. Ich weiß zwar noch nicht wie. Das geht actually ganz easy. Mit welchem Charakter habt ihr eigentlich am liebsten gespielt bei Mario Kart? Also ich war entweder immer Toad, Yoshi oder Luigi manchmal. Aber mein Favorite war immer Yoshi. Ich habe nie gesagt, ich kann Yoshi gut nachmachen, okay? Don't attack me in the comments. Bro. Bro, kannst du bitte runtergehen? Es geht doch nicht so easy. Please, bitch. Please, bitch. Da wir jetzt alle Figuren haben, los geht's! Mit dem UV-Licht. Bitte habt funktioniert, wir probieren's. Krank! Der Ring ist drauf, schnell aushärten mit UV-Licht. Und reveal! Danke für maskieren, es hat funktioniert. Oh mein Gott, ich lieb's. Aus den zwei mache ich im nächsten Part welcher. Also drück das Plus.